Na, hast du endlich eingesehen, dass Mercedes die besten Autos baut? Ach komm, du mit deinem Stern da, ja, bei BMW geht's um Freude am Fahren, ja, da kann euer Stern einpacken. Freude am Fahren? Ich dachte, bei euch geht's um bayerische Motorenwartung. Sehr witzig, aber immerhin haben wir eine bessere Verbindung zur Straße, als ihr mit eurer Luftfederung. Mag sein, aber mein Sitz massiert mir meinen Rücken, während du durch jede Kurve wirkst. Immerhin bin ich noch in der Lage, eine echte Kurve zu meistern, während du wahrscheinlich, keine Ahnung, in einer Parkhauseinfahrt verzweifelst. Das nennt man sanftes Einparken. Aber hey, wie fühlt es sich eigentlich an, jedes Mal im Rückspiegel den Stern zu sehen? Besser, als ständig auf deine Kühlerhaube starren zu müssen, um zu erkennen, welches Auto du fährst. Gut, du, lass es so machen, ja, du genießt deine Freude am Fahren, ich genieße meinen Luxus, okay? Abgemacht, und wenn wir uns in 10 Jahren nochmal auf der Straße necken, dann treffen wir uns im Altersheim für Autonarren. Deal, da können wir uns in Zukunft drüber streiten, welches Rollstuhlmodell das bessere Handling hat.